Hier sind die Babys. Da drinnen ist schon eine kleine Schlange. Hier sind ganz kleine ägyptische Landschaften. Es ist eine Nachzucht. Die kommen aus Ägypten, Libyen. Die haben hier so ein kleines Gehege mit einer Lampe und einem Wärmeskalgerät. Hier macht die Tierpflege irgendein Futter rein. Sogar zwei. Seht ihr da hinten die Riesen-Karl-Kubappe? Oh mein Gott, das ist so schön. Da hat man wohl die Schlange reingegangen ist. Das ist richtig klein, das ist hier die Nachzucht. Runter oben, da bewegt sich so ein Ast. Das ist eine Schlange. Da sieht man nicht direkt das, das gerade runtergefallen ist. Wenn ich auf die Schlange reingegangen werde, Vielen Dank.